Aluminium bringt ganz besondere Eigenschaften mit sich. Es rostet nicht, ist bruchfest, bietet besten Schutz vor allen Witterungseinflüssen und erreicht dadurch eine hohe Lebensdauer. So haben Sie länger Freude an Ihrem Dach, Ihrer Fassade und Ihrer Dachentwässerung. Und das für Generationen. PREFA unterstreicht das mit 40 Jahren Farb- und Materialgarantie. Ein Aluminiumdach wiegt nur einen Bruchteil eines Ziegeldaches, was nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Sanierung eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringt. Durch das geringe Gewicht muss ein älterer Dachstuhl vor dem Sanieren meist nicht extra verstärkt oder sogar erneuert werden. Das spart Geld und schont Ressourcen. Auch beim Transport werden dank des geringen Gewichts Energie- und CO2-Emissionen reduziert. Aluminium lässt sich zu 100% recyceln. Unendlich oft. Und das ohne Qualitätseinbußen. Es ist somit gut möglich, dass Ihr PREFA-Dach oder Ihre PREFA-Fassade schon als Alufelge oder als Gartenzaun im Einsatz waren. Bei diesem Prozess werden lediglich 5% der ursprünglichen Herstellungsenergie benötigt. Halten wir fest. Aluminium ist extrem langlebig, witterungsbeständig, nahezu wartungsfrei, verlustfrei recycelbar und unglaublich leicht. Sie sehen, hinter dem großartigen Werkstoff Aluminium steckt weit mehr als gedacht. PREFA. Das Dach. Stark wie ein Stier. Und an der